Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Track Mania Turbo zu Track Nr. 60. Wir sind echt schon richtig weit fortgeschritten mit der Kampagne, muss ich schon sagen. Richtig weit ist gut, wir haben noch nicht mal die Hälfte, aber ist trotzdem cool. Hier ist nämlich eine schöne Straße immer die ganze Zeit. Oh mein Gott, die Straße die ganze Zeit. Was? 2 Minuten 5? Das ist ein Rundenrennen dabei, aber das ist kacke. I like your focus, I like your not focus. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich da denn bitte Gold kriegen, Mama? Ich hätte jedoch niemals Gold kriegen können. Ich probiere einfach ganz normal zu fahren, vielleicht kriege ich dann irgendwie Gold. Ich hasse solche Dirt-Strecken, ich hasse sie wie die Pest. Und das gerade ganz gut war, was ich da abgeliefert habe, das auch. Hier kommt wieder so eine 90 Grad Wendung. Oh mein Gott, da stehen einfach Container mitten auf dem Weg. Wie assi waren die denn bitte platziert? Wie assi. Ja, Straße, danke, danke lieber Gott. Straße, ich liebe Straße. Wir sind immer noch hinter Gold, aber ich glaube so langsam habe ich die Strecke auch ein bisschen raus. Sodass wir es beim nächsten Versuch wieder besser hinkriegen werden. Alles klar. Wir probieren es einfach normal aus. Ich wette, jetzt müsste ich es eigentlich besser hinkriegen. 3 laps to go. Slowdown am Arsch, Slowdown. Kommt doch so durch. Oh kacke. Naja, das war schonmal mein Spoiler. Jetzt sind wir Windschnittiger auf jeden Fall. Das ist doch gut, dass da das Spoiler abgeflogen ist. War alles geplant. Oh mein Gott. Wir schlagen uns gerade mega gut. Sogar vor Gold gerade. Aber auch nur gerade, also das wird sich wahrscheinlich gleich wieder ändern. Sehr schön, sehr, sehr schön. I like my Focus auch gerade. Schöne Kurve, schöne Kurve, sehr, sehr schöne Kurve. Und dann immer diese 90 Grad Kurve. Die zernimmt mich immer auseinander. Aber momentan reicht es nur noch für Gold. Komm, gib mir, gib mir Gold. Gib mir einfach Gold. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn. Das ist ein Problem. Ich höre ihn echt krass laut unter mir. Oh kacke. Da ist er. Da ist er. Diese kleine Misset. Da ist er. Da ist die kleine Misset. Letzte Runde. Na Gold, was geht ab? Behol dich. Behol dich, jawoll. Kleine Misset, du. Jetzt langsam. Jawohl, die Kurve ist vielleicht mal besser. Easy Gold, easy Gold. Sagste, easy Gold. Schöne Kurvenlage. Schön hier rumgekommen. Schöne 90 Grad. Jetzt schön um die Container. Jawohl. Sekunde 14, jetzt liege ich vorne. Das ist, das ist genial. Gold wird's, Gold wird's. Müsste Gold werden. Jetzt nur noch Straße. Und gegen Straße habt ihr hier nichts einzurichten. Alles klar. Grüne Täler geschafft. Jawohl. Welly, endlich. Mein Gott. War das eine, eine, ein Müll. Platz 327. In dieser Zeit Platz 327. Okay. Jawohl. Ich hab was Neues in der Lackiererei. Wunderbar. Ist mir denke ich auch schon klar gewesen. Aber wir können das nochmal verbessern. Aber das ist dann auch der letzte Versuch. Wir versuchen das jetzt noch einmal zu verbessern. Und dann schließe ich hier mit diesem grünen Bereich auch wirklich ab. Alles klar. Komm, komm. Das war jetzt, das war jetzt unfair. Ja, da müssen wir nochmal machen. Da müssen wir es nochmal machen. Hier. Das war jetzt unfair. Jawohl. Voll schön nicht dagegen kommen. Das ist perfekt. Schöne 90 Grad Kurve. So sollte es endlich ablaufen. Genau so. Und jede Runde einfach so. Dann wäre das eigentlich optimal. Perfekt. 90 Grad Ding. Easy going geschafft. Und die Container locker. Jetzt wieder auf die Straße. Genau. Zack. Lassen wir wieder auf der Straße. Die Kurve perfekt nehmen. Ja. Ja. Oh mein Gott. Und dann fahre ich voll in den Rasen rein. Dann fahre ich voll in den Rasen rein. Deswegen kann ich nur noch sagen. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut doch im nächsten wieder rein. Bei Trackmania Turbo. Ciao. 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 Ciao.